Ja, und jetzt ist es der Ausgleich. Und jetzt ist es der Ausgleich. Und der Druck ist auf Tobias. Und das ist natürlich unglaublicher Druck jetzt. Ja, ja. Gibt's das? Gibt's das? Und es kommt jeweils auf den letzten Wurf an. Stefan, zweiter Versuch. Ach du meine Güte. Warnfrei für Stefan. 6 zu 6. Jeder noch einen Wurf. It's crunch time. Und jetzt geht's drum. Ja, einen. Einen fegt er weg. Und jetzt. Und jetzt. Es ist noch beileibe nicht der 1 Millionen Euro Wurf hier. Aber jetzt ist der Druck bei Tobias. Er kann es schaffen. Letzter Wurf. Und der verfehlende Rabgewinn.